Ich bin auf dem Weg 50 Minuten, das darf ich nochmal schneiden in kleine Parts Darfst du nochmal in 2 Folgen schneiden? oder 3? Ja, ich mach kleine Parts raus und hau die am Wochenende raus und Kingdown Prom kommt ja in der Woche also da hab ich viel zu tun nachher und die Aufnahmetechnik ist noch nicht zu Ende Das Problem ist, dass meine Aufnahmegift dann halt einfach richtig broke ist, weil die alle kaputt waren Warum? Was hast du gemacht? Das ärgert mich jetzt, die muss ich ja gestern noch schmeißen Ich muss sie da also nochmal neu aufnehmen, das ist ärgerlich Dann nehmen wir heute auf Das ärgert mich Okay, äh, die Axt brauche ich dann nicht mehr Ähm Ich hab die Jange Axt, ich hab die Spitzhack mit Telekinese und die Jange Axt mit Telekinese und er hat die Minions aufgerüstet, Alter, was ich sehr, sehr schön fand Wie viele Level? Unsere, ähm, Holz Minions sind alle auf Level 5 und 4 Weil das habt ihr sie ja auf meinem Level, auf meinem angefangenen Account die sind da Level 7 So, dann komm mal her Guck da mal in die Kisten da Doch die Ne, guck mal rein einfach Alter Alter Was denn? Hat der ein Hobby? Ja Ich komme online Erstmal, macht der hier während du online warst, hat er jetzt kommt die achievements hatte ich auch er hat kein leben er hat kein leben die kisten gleich mal ja so ähnlich wie bei mir und er hat das gleiche gemacht was ich gemacht habe der war schon okay das war ich das war ich das hier warst du ja er ist auch eine coole idee ja das sind ja farben in den sunden alle zehn mal zehn blöcke hast du das hier schon gemacht das ja das hier ist deins okay ja du hast das jetzt ein grund hier gleich aussuchen damit alle gleich haben thema zehn wir brauchen ja nicht so viel drin wir brauchen ein bett drin vielleicht die truhe so mien hatte dann bestimmt auch schon gut entleert aber ich jetzt eigentlich nicht hin oder ja die sind voll und diesen voll hast du auch so nimmst du gerade den zweiten lehrer okay die schweber die bäume die hast du gerade geholt na ja aber er hat einiges an mein eisen aufgebraucht das hat er sich denn alles gequettet der bei hier ich habe mir eine eisenrötung gekraftet weil ich immer wieder nicht so bin ich ja auch in ordnung okay ich wollte jetzt mitgehen in die höhle ein bisschen erfahrung damit um ihn wirklich wert gebrauchen ja das brauchst du was machst du da die ganze zeit er hat das war also du hast diese baumkohle gemacht warum denn wir haben doch in der mine genug die sport noch alle neun ja ich brauchte kurz ein bisschen kohle und so und er ist auch voll was soll das eigentlich war und packt er die selbst links mit rein dass die beide von holz von beiden haben ja das ist interessant das ist lustig habt ihr das geplant da kann ich nicht habe ich gerade beim holz bauen ja ich habe die kinder auf dem auftrag soll er jetzt haben die sich beide gegenseitig das holz ab hier sind ja auch schlau aber er hat voll viel gemacht alter das musste zu geben erst mal er hat neue küsten machen würde ich sagen er hat aber auch für dich erst für dich auch deine holz abgeholt gleich alles so ich gehe weiter gleich in die die amt ich versuche in die diamanten holen zu kommen machen es dann verzauberte diamanten rüstungen fertig na ich komme mit dir ein bisschen kampf level lernen erlernen willst du dann direkt mit in die große höhle kommt weil die habe ich uns ja frei geschaltet ja ich glaube auch mal ein grundstück hier nehmen was du haben möchtest ja mache ich gleich eigentlich habe ich gedacht ich warte auf zeit weg oder der hätte sich schon eins genommen aber ich habe das ja vorhin gerade 50 minuten folge gemacht alles machen wir sechs kisten machen wir und unsere ja hier schon relativ voll haben die weiter müssen aber dann noch mal neue neue du hast die so hoch angesteckt wir haben so hohe türme jetzt habe ich die fest ja also praktisch anderen vier kisten dann erst mal hier rein lassen die minuten da kommen unsere minuten treiben die wir noch setzen wollen und die brote die mir jetzt habe ich gerne gekauft keine angst ach so ja wann wolltet ihr mein eilen machen ich kann und jetzt übrigens auch ein smaragd ding machen ja ich habe hier unten die kohle dann kommt dann bei der eilen mit dazu und unten drunter unter unter insel kommen die ganzen minuten die farben dann und ich habe den kohle minuten auch einmal aufgerüstet deswegen haben wir so wenig kohle ok ja gehe ich gleich neu fahren ich komme mit wo hat er denn hier die septicis drin die kiste habe ich neu gesetzt dann ist die voll soll ich das machen ja aber hier sind die ja richtig sortiert dann musste nur gucken ob die dann richtig sind da in der kiste wo ich gerade war und weil sie noch ein minuten aufrüsten damit wir noch packen können ja hier ist das so viel holz guck mal wann was sie brauchen für alles da viel nächst hier ach die brauchen jetzt er braucht auch die entscheidenden dinger na ja und der ja auch der ja auch ja warte 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 bringen wir hin ja das geht aber das geht aber guck mal wie viel das sind vier stecks wo ein ding dann machst du warte ich gebe dir mal was schönes also das hätte schlimmer sein können weil heftig warte ja zu was von mir hast du doppelt ja hast du das sind zwei na ja waren wir für den hier vorne nein eine warte warte was jetzt erstmal die axt hier die ich habe du kannst bei der dritten höhle deine sachen auch mit telekineser machen da habe ich gerade gemacht alles mit kinesen kostet sich 100 dinger dann brauchst du noch warte ja habe ich gerade gemacht ich gebe dir gleich alles so hier hast du gleich noch das unter dem einrichten wieder holz axt halt dann hast du es auch okay das ist die jungle axt dann brauchst du einfach nur den untergrund ab und dann hast du den ganzen wie ich das machen muss weil ich kann die mir gerade irgendwie nicht machen ich gebe dir mal die sachen kurz ach ich muss doppelklick drücken ach ihr habt das umgestellt gut also wir brauchen ich habe was falsch gemacht vielleicht hier hier ich ich da brauchst natürlich kineser drauf das kann ich mir in der mine holen das ganze holz erstmal wieder zurück da kommt ja komm hier tschuldigung außerdem den minieren gelehrt ja macht das kurz weg dann können wir ja bald mit dem bauprojekt folgen anfangen ja auch wieder zu dritt was gemeinsam bauen ja auch ja so ein tisch müssen wir uns auch noch bauen ich hatte einfach der mitchell okay erst mal auf dem weg zur mina okay wollte jetzt mit direkt die große ding ja ich wollte einmal gucken nur dass du da ein bisschen vorsichtiger bist ja in der dunkle dem einfluss mitnehmen ja ich brauche ich brauche bessere schwerten das kann ich mehr kraften wenn ich viel damit getötet haben und so können wir machen können wir machen brauche ich ja auch noch aber ich habe uns doch schon einige upgrades wegen diesen ganzen kleinen kämpfen gemacht ja aber ich habe was ich werde noch nicht ich kann das werden nicht posten so dann mache ich jetzt hier telekinese drauf und das sagte er braucht man dafür na ja besser auf die auf die achte telekinese kannst du so schnell alles abfahren ja muss ich noch mal wenn ich zurückkommen machen hast nicht so viel geld also doch ich habe es aber ich will nicht extra zur bank laufen noch mal zurück wenn ich jetzt hier schon auf dem weg wir ja eigentlich genug ich habe ja 3000 auf der bank aber ich brauche minim der level 4 und ich habe die mini level 1 mit lange zeigt eigentlich haben wir auch allerdings haben wir doch jetzt das geht's mein eis geiles moon geht meine ich bin ich auf die schufe 2 ich komme zurück wir machen wir machen wir brauchen eh noch kohle und so weiter wie es abgewählt nicht kommt zurück im farm dort erstmal ganz schnell aber es ist trotzdem cool ich habe doch schon bis level 7 also wenn ich das jetzt auch kurz screenshotten würde ich habe eigentlich bis level 7 voll richtig voll neben ist level 8 sogar voll level 9 bin ich dabei 2000 von 2000 du bist jetzt schon hier bei der zweiten oder auch bei der ersten bei der ersten halt also noch nicht einmal rüber gesprungen doch einmal rüber gesprungen das ist die erste der ist die goldmine ich bekomme auch keine punkte wenn ich habe ja aber deswegen musst du ja schon acht sein weil das habe ich doch eigentlich schon vorgefahren sich mal so viel wie in den linksen ist klar dass ich ja schon bei der letzten insel war keine ahnung was da hat weiß man aktiviert man ja erst auf der letzten insel es leckt rum an der performance müssen sie noch arbeiten so ein item wie fortune wir haben ja eine endertruhe in den tabu kommt die sachen hin die bleiben dort die kann jeder dann rausnehmen hat mal was rein keine ahnung grügend neustück aber auf jeden fall bleiben die sachen dort also für dich für dich selber damit du mehr inventarplätze ja sozusagen ne kleine extra scheiß das komisch die haben jetzt das achte level nicht zugerechnet das ist richtig unfair dann hat das ding hier auch nicht das ist auch nicht gut ja aber ich habe auch nur farming 1 und 102 herzen also muss man sich das anscheinend selber erfahren ich habe die restlichen kann können wir so machen also da geht auch dort nicht lange naja sind nur 500 punkte warte ich kann dir meine ding stoppen die macht er die macht doppel aus und die baut schneller ab natürlich ich bin doch ein idiot bei der dritten zwei dritten dritten zweiten bei der goldmine kriegst du eine speziale exakt auch später für die finale mine die ist stärker dort schneller ab und die macht dass du das ganze nicht machen muss sozusagen die sind dann schon fertig gedingstet also und telekinese drauf oder muss ich das dann drauf packen aber das kannst du ja dann wenn du erst mal fertig beziehungsweise das mit dem doppelten das habe nur ich wegen dem level 8 aber das kriegt ja dann auch stellen ja ich wollte dann wo bist du denn hier nicht die ganze zeit in unserer base machen unsere sachen machen ist ja fast fertig die base wir brauchen jetzt noch ein paar miniens und deswegen also jetzt geht der spaß eigentlich erst richtig los später brauchen wir noch ein enderminion ein zombie menge in etc später ist es noch kämpfen ja geil das war doch freut mich kommen jetzt mal über noch ein bisschen eisner kohle ich bin da wie vier okay ich muss jetzt erstmal raus ich habe eins der kohle gefarmt ja grüder kohle gebrauchen oder nicht ja aber ich würde erst mal die unsere vom holz aufrüsten und alle miniens packen da da hat mir reicht jetzt also ich brauche noch ein level ich brauche noch ein level kann ich doch mit pickaxe machen die ist auch gut kann ja jetzt mal durch was die hat kann aber das sollte sie auch wenig sein übel sie der mensch genommen weil dieser auf dem friedhof also offen hat gibt es ja diesen friedhof und da sie kommen ab und zu diese schnellen zombies die so richtig abwachsen vielleicht ja du kriegst aber von der mission auch eine gute ja ich ist auch verzaubert ja ich habe ich habe einfach viel gefahren für uns hier jetzt erstmal rüber zur dritten mina da kannst du ja jetzt glaube ich auch immer noch nicht ich warte ich kann auch hier warten ich sehe der server nur hochkommt oder wenn du rüberkommst dann kann ich hier noch weiter fahren da nehmen wir uns eisen mit ich komme also ich brauche ich wollte noch 1 für für die mine damit tief durchgehen kann und noch ein paar zombies dass ich töten kann aber das kann ich ja gleich in der mine machen in der dritten mina ja da kannst du einiges töten heute schon auf dem weg aber das ist ja beliebt zurzeit das hier ja klar ganz youtube deutschland redet darüber warum es ist auch einfach krass kann man sagen was man will ja ich bin bei dir aber es hätte kein leben gehabt heute morgen erst um 6 aufgestattet hat meine kraft gemacht du warst nicht online deswegen dachte ich nehme mal ein bisschen was anderes auf ich bin später online gekommen ja du darfst ja wenn ich nachher offline gehe kannst du ruhig weiter zocken aber aufnehmen ich will die folge mir angucken von dir die farbe ja und was du brauchst so erstmal noch nicht ja deine hütte bestimmt kommt doch nicht ne ich werde erstmal dafür sorgen dass unsere minions power und euch die diamanten rüstung fertig war das wird auch noch ein spaß wird eigentlich schon der mine weiter ich kann noch nicht ich brauche noch 300 irgendwas ja das ist nervig auch ganz in der großen mine wenn du da neun punkte für den smaragd kriegst oder zehn punkte wenn du da abfarmst und dann kriegst du dir einfach nicht zugerechnet ja und da musst du noch mal die ganze zeit dann klappt das auch vor allem zwei drei minuten nicht bis es wieder klappt und da muss die ganze zeit warten das ist schrecklich warum machen die sowas ja performance aber die das ist ja noch eine alpha so kann man so sagen ja es ist noch nicht fertig aber es ist trotzdem nicht schön jetzt klappt schon wieder nicht genau das ist das problem nachts funktioniert das einbrand frei wenn leute weniger online sind ich kann aber nicht nachzocken ich habe mich so wie du ach ja ich meine ja nur wann wann würdest wann kommst du jetzt eigentlich hierher wann hieß du hierher november ist immer noch also ist november geblieben november wir können rüber warte wie komme ich wieder hoch hier du willst jetzt echt schon rüber ja hast hast du dir eine rüstung gemacht ja jemand hast du ein gutes schwert nein aber egal sicher ich glaube ich habe warte auf mich ich gebe dir bergab ich habe 900.000 aber ich gehe jetzt in die mine nein 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 geh nicht mit so viel geld da rein was geh nicht so viel geld mit so viel geld in die neue mine rein bist du bist du am tor gleich ich warte mal hier zahl das erst bei der bank ein das ist lebensmüde ich war nicht umsonst vor dann zeigen wir mal wo die bank ist ja kann ich meine 68 billige dollar ach nee ich hole mir erst die 100 ab ich hole mir 40 euro ab 40 40 40 währung können wir auch sagen ja oder 40 währung 40 euro lass mal party machen 44 42 43 44 46 46 45